Ich begrüße recht herzlich die Mitglieder aus dem Vorstand des Fördekreises, den stellvertretenden Superintendenten und Geschäftsführern und Pfarrern, sowie Mitglied im Kuratorium Andreas Buchholz, das Kuratoriumsmitglied Volker Schiebeut, den Vizepräsidenten des Landtags Dieter Dombowski und den Vorstand der Volksbank Bernd Küst. Ganz herzlich begrüße ich den Kirchmusikdirektor Prof. Matthias Eisenberg und die beiden Mitglieder aus den Niederlanden Cree und Berte Kuhl. Der Vizepräsident des Landtags Dieter Dombowski hält jetzt ein Gruß.